Ja, okay. Äh, äh, nein, unter Träumen ist der Ort, den ihr erkunden sollt. Seht ihr, an dieser Stelle ist der Wasserfall. Allem Einschein nach ist es nur ein gewöhnlicher Wasserfall. Aber von unserer Information zufolge soll der Wasserfall ein Geheimnis verwerben. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr, äh, 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 äh. Wir wollen, dass ihr der Wasserfall erkunden habt, daraus wenn er was er neu ist. Okay. Äh, okay. Was ist alles? Versteht ihr, worum es bei der Mission geht? Äh, ja. Gut. In Ordnung, denn du hast dich euch erkunden, ich erkunde dich, Wasserfallz. Äh, was? Stimmt es? Etwas nicht? Bezähl das ja. Äh, ja, bist du in Ordnung? Ja, alles okay. Ich bin nur aufgeregt wegen der Erkundung. Das ist unser erstes richtiger Job als Erkundungsteam. Ich bin ein bisschen angespannt. Muss ich jetzt? Ich... Warte mal. So, ich hab den Controller gerade ausgest... Hab ich hier... Was ist denn jetzt mit dem Controller los? Ich will, dass du anbleibst. Danke. Grünleuchten, schön. Ach, äh, ach nee. Ach, ich könnte Verspannung platzen. Wir schaffen das, Doki. Natürlich schaffen wir das. Huch, hey. Dim, 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 dim. Oh, Doki und Drek im Sochter. Huch, was macht Ballenfall im Nenner? Oh, ja, 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 ja. Hallo, was ist denn hier los? Das ist ein Treffpunkt. Ich habe ihn heute erst eröffnet. Einen Treffpunkt? Treffpunkt? Ja. Hast du schon mal daran gedacht, mehr Mitglieder ins Team aufzunehmen, Jack? Mehr, mehr Mitglieder? Na klar, es wäre echt cool, neue Mitglieder aufzunehmen. Wenn wir nicht mehr nur zu zweit wären. Es wäre bestimmt hilfreich beim Akunden des Dungeons. Na also, dann solltet ihr eure neuen Mitglieder anwerben. Äh, oh, wie geht das denn? Ich leute ganz einfach die Freundesglocke vor euch die Poker packt. Dann los. Oh ja. Oh ja. Palipalem leuchtet die Freundesglocke, okay. Team Poker packt es nun in der Lage, neue Mitglieder anzuwerben. Wirklich? Ja, ihr kämpft Pokémon in Dungeons, nicht wahr? Ab sofort kann es passieren, dass manche Pokémon aus Respekt vor euch die Poker packt. Habt ihr ein Pokémon einmal eingeworben, könnt ihr es mit auf Erkundungen von Landes nehmen. Dazu kommt ihr dann zu einem Treffpunkt und bestimmt, welchen Mitglieder ihr auf die Erkundung mitnehmen wollt. Meine Güte. Reden ist nicht so meine Stärke heute. Komm, da ist er immer zu mir, wenn ihr Rekruten mitnehmen wollt. Wow, danke Palipalem. Nice. Danke. Ah, anstrengend. What the fuck? Dim, 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 dim. Okay. Ähm, was ist da los? Was ist da los? Äh, hier sind Treppenstufen. Ja. Hätte man still auf dem Schick geschrieben. Wie, was ist das denn? Da steht Pandir Café, Hoffen und Träumen, Öffnung in Kürze, dicke Belohnung. Okay. Sieht so aus, als ob demnächst ein neuer Laden aufmacht. Aber Hoffen und Träumen? Ich frage mich, was für ein Laden das wird. Lass uns wiederkommen, sobald er geöffnet hat. Und sehen, was er mit dem Laden auf sich hat. Moment, wir können auch übrigens noch zum Strand gehen. Denn genau, Krabbi sagt uns jetzt was. Ahoi. Seid ihr auf dem Weg zum Strand? Nun, auf eine Sache könnt ihr achten. Seit einiger Zeit werden Flaschen an den Strand geschmült. Anscheinend ist in diesen Flaschen etwas drin. Wenn euch, äh, wenn das für euch in den Schaden klickt, solltet ihr am Strand auf Flaschen ausreiten. Äh, ausreiten. Ja, Mann. Äh, an den Strand geschmült er Flaschen? Flaschen mit unbekannten Inhalt? Ich bin neugierig. Anscheinend werden sie nur dann und wann angespielt. Jedes Mal, wenn wir zum Strand gehen, können wir nach Flaschen suchen. Okay. So, ist ne Flasche da? Ja! Er ist eine Flasche. Äh, sieht so aus, als ob es sei da etwas drin. Möchtest du versuchen, das auszuholen? Ja. Ein Jobbrief. Mh... Sieht aber jetzt nicht so interessant aus. Ne. Kann ich den jetzt... Warte mal, ja. Ich nehme das jetzt mal, ja. Ja, okay, jetzt ist die Flasche weg. Okay. Kann ich den Job ja wieder löschen? Löschen. Jo. Ich hätte ihn auch behalten können erstmal. Falls wir noch mehr Jobs in der Feuchsklippe machen. Aber egal. Ist ja halt... Ja. Ist halt so. Nehmen. Nehmen. Danke. Und dann gehen wir mal kurz in den Laden. Dann erstmal... Doch laden. Ja, laden. Erstmal hier gucken. Na. Och, nichts... Nichts Gutes. Mann, was ist der mit euch? Könnt ihr nicht mal irgendwie eine coole Attacke im Angebot haben oder so? Ich glaube, wir gönnen ein Restaurant-Gummi. Obwohl, äh, 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 Lüge. Ähm. Wir sparen erstmal unser Geld. Außer sind wir lebersam. Zu kaufen. Dann gönnen wir uns die. Natürlich. Heilsamlager und Appell-Orb. Wir haben noch grad ein paar Items bekommen, oder nicht? Was haben wir denn alles so bekommen? Ich weiß es nicht. Nichts cooles. Nein, doch, die Citro-Beere. Führt KP auf, ja. Ist es Pokémon ist, wenn seine KP... Ach, stimmt, genau. Dann erhöhen sich die maximalen KP. Eigentlich für immer, oder nur für... Ich weiß es nicht. Protein nehmen wir mit, auf jeden Fall, ja. Das war's. Ah. Ach, genau. Hier an der Glocke können wir übrigens auch, ähm, Palim Palim suchen, ähm, ne, rufen. Geheimer Wasserfall. Let's go to the geheimer Wasserfall. Today. Das ist also der Wasserfall, der Geheimnis verbergen soll. Wow. Das Wasser kommt mit einer ganz schönen Wucht hinunter. Versuch, Thomas, hier ranzugehen, Doki. Oh, stimmt, Alter, ist unglaublich. Ich kann eben diesen Wassermassen kaum stehen. Wow. Siehst du, es ist richtig heftig geworden. Wenn man unter diesen Wasserfall geraten würde, bekäme man sicher einiges ab. Ich hätte nicht gedacht, dass das Wasser mit so einer Wucht herunterstürzt. Was sollen wir überhaupt anfangs suchen? Oh, 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 oh. Hm, Schwindelanfall. Irgendwas kommt mir bekannt vor. Es ist wieder dieses Schwindelgefühl. Ah, okay. Das sieht ein bisschen aus wie Knuddelhof, ne? Es ist wieder passiert. Ich hab was gesehen. Aber was? Was hab ich gesehen? Ja, Huch, was ist Doki? Du, also, ne? Was? Du hattest noch eine Vision? Diesmal hattest du ein einzelnes Pokémon in diesem Wasserfall springen sehen? Und nicht nur das. Hinter dem Wasserfall ist eine verborgene Höhle? Hm. Aber das Wasser scheint wirklich mit einer großen Wucht herunterzukommen. Stell dir vor, hinter dem Wasserfall wäre in Wirklichkeit eine harte Felswand. Autsch. Wenn wir versuchen würden, da durchzuspringen, dann würde wir ziemlich hart aufschlagen. Ich weiß, aber... Also, Doki. Was denkst du, Doki? Ist da wirklich etwas hinter diesem Wasserfall? Bist du wirklich überzeugt, dass da eine Höhle ist? Ja, bin ich. Nun, in Ordnung. Ich vertraue dir, Doki. Ja, ich glaube fest an dich. Oh, oh. Oh, Mann. Okay, ich muss jetzt tapfer sein. Wenn ich Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo abspringe, dann wird es sowieso nicht gut für... äh, um mich bestellt sein. Wenn ich das tue, dann darf ich kein bisschen zögern. Sei tapfer. Sei so tapfer wie noch nie. Werde ich, Doki? Los. Drei, zwei, eins. Jetzt! Waaah! Au, au, au. Was ist das? Ja, es ist eine Höhle. Du hast tatsächlich recht, Doki. Lass uns diese Höhle erkunden, Doki. Lüften wir Geheimnis. Okay, machen wir. Nachdem ich kurz einen Schluck Kaffee gekommen habe. Ah, so. Ah ja, anders als im Pokémon Mystery Dungeon. Team Rot und Team Blau und so. Also, den ersten Teil. Brauchen wir halt keine Partnerareale. Um das, ähm, Pokémon. Zum Team hin, äh, beitreten lassen können. Zu können. Weiß ich nicht. Tangela, klar, komm mit. Nein. So, ähm, und ich glaube, wir können jetzt auch... ...Tangela zurück zur Gilde schicken, genau. Ja, wir wollen Tangela zurückschicken. Das war auch anders, oder ist jetzt auch anders als in Mystery Dungeon. Äh, dem ersten Teil. Denn da konnten wir... ...ein frisch rekrutiertes Pokémon... ...erst wieder freilassen, sag ich mal. Und nicht zu unserer Basis zurückschicken lassen. Oh, so, und Rotorzel ist auch ganz cool, ne? Hm. Ähm. Ja. Nicht zu unserer... ...zu unserer Basis zurückschicken lassen. Das war ein bisschen doof. Das hat mich immer ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Zum Glück anders. Das freut mich sehr. Also, ich finde das ziemlich gut, dass wir hier jetzt, ähm... ...ja, die Pokémon gleich zurück zur Gilde schicken können. Wenn sie rekrutieren... ...äh, wenn wir sie rekrutiert haben. Meine Güte. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann echt nicht mehr reden. Weiter. Wasserfallhöhle. Oh, wieder! Okay. Ein Gehweiher wäre auch ganz cool eigentlich. Kannst du jetzt mal aufhören? Ist das dein Ernst? Fick dich. Und anders als im Mystery Dungeon Team Rot und so... ...kann ein Pokémon uns auch beitreten... ...wenn jetzt zum Beispiel Dragners Pokémon besiegt. Und ich glaube aber, ich muss dafür in der Nähe stehen. Ich bin mir da mal nicht sicher. Oh, so ein Quapsel. Ich will ein Quapsel im Team haben irgendwie. Ich bin ernst. Äh. Ähm, ja. Und das ging ja in Mystery Dungeon Team Rot und so nicht. Was ich auch ein bisschen doof fand. Weil ich meine, wir waren schon zusammen Erkundungsteam. Alter, dieses Gehweiher, ne? Was ist denn mit dir? Oh, nervig. Näh. Mann. Ähm, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Ich bin nur der Meinung, dass ich mich daran erinnere. Sodass das so funktioniert. Ich kann mich auch täuschen. Keine Ahnung. Alter, Fluch... Oh, Flora-Gummis, alter. Flora-Gummis. Nice. Das ist schön, dass wir Flora-Gummis finden. Schön den IQ von uns anheben. Quapsel. Nein. Quapsel. Bis wir so ein Knackli in uns Team holen, können wir erst mit Quapsel eigentlich rumlaufen. Würde ich sagen. Ein Quapsel, komm schon. Enton. Oder ein Enton. Das wäre auch ne Idee. Ja, das wäre auch ne Idee. Hallo, Tangeela. Dich haben wir schon im Team. Dich brauchen wir nicht nochmal. Ich weiß nicht, wie groß der Ende hier ist. Deswegen... Ich würde gerne... Ich glaube, ich würde gerne Quapsel rekrutieren. Spiralband. Kiesel. Okay. Komm schon, Quapsel. Wo rennen wir denn hier lang? Alter, dein Ernst. Schmerbe. Schade. Ich dachte, das... Tritt uns bei. Ja, man sieht das manchmal auch schon... Oh, geil. Wir lebersachen. Ähm, daran, wie die Pokémon, ich sag mal, krepieren. Ähm, wenn sie länger brauchen, um zu sterben, sag ich jetzt mal. Dann, dann wollen sie auf jeden Fall beitreten, eigentlich. Ups. Ha! Ja, meine Nase ist ein bisschen zu. Also halbwegs. Das ist echt nicht... Cool. Tangela. Zack. Zack. Givino. Poker, okay. Poker ist cool. Poker nehme ich gerne. Kann ich mir... Wieso? Gibt es hier keine Quapsel mehr? Damn, habe ich jetzt hier eben eine Quapsel übersprungen? Scheiße. Das ist nicht cool. Komm schon, Quapsel. Komm zu mir. So ein Givar ja wäre auch ganz cool eigentlich, ne? Obwohl, nee, eher nicht. Zack. Wir finden aber auch ganz gut was an Pokémon, muss ich sagen. Das ist ziemlich cool. Ein Rotgummi, ja. Ähm. Hier, Dragon. Kannst du essen. Ich brauche den nicht um. Er braucht das nicht. Okay. Scanner, oh. Oh, Schmerbe. Mach du mal. Oh, Level 12. Schön. Schön, aber keine neue Attacke. Okay. Ich glaube, obwohl er hat mit Level 11 erst eine neue erlernt, oder? Oh. Ja gut, okay. Denn, ja. Ach, schon am Ende? Ach, dein Ernst? Wow, seht ihr das an, Doki? Seht ihr all die funkelnden Edelsteine an? Boah, sieh mal da, äh, sieh mal da, ein riesiger Edelstein. Wow. Oh, toll. Einen gigantischen Edelstein habe ich noch nie gesehen. Was für ein unglaublicher Schatz. Alle werden staunen, wenn wir mit dem zurückkommen. Ja. Ah. Ach. Er rührt sich kein Stück. Er steckt wirklich fest. Kannst du es mal versuchen, Doki? Ja, klar. Hey. Hey. Wow. Wow. Der steckt wirklich bombenfest. Er rührt sich nicht. Mann. Ach. Nein, das bringt nichts. Ach. Du kannst ihn also auch nicht bewegen, Doki. Aber wir können ihn nicht einfach aufgeben. Wenn wir uns genug anstrengen, musst du doch irgendetwas bringen. Ich versuche es noch einmal, Doki. Okay. Deswegen versuche ich es noch einmal. Er lässt sich kein Millimeter bewegen. Spindelanfall. Huch. Oh nein, nicht schon wieder. Ach, Musterstein. Es passiert schon wieder. Es ist... Okay. Hä? Oh Gott. Aber das war... Oh Gott. Äh. Äh. Es bringt nichts. Ich kann ihn nicht rausziehen. Durch Zufall drückt Dragon gegen... Oh nein. Oh, das ist... Nein. Das war eine schlechte Idee. Äh. Was passiert jetzt? Ah. Eine ruhige Gefluchtwelle. Oh Gott. Ah. 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 Jetzt sind wir in der Therme. Wirklich. Äh. Wie? Was? Äh. Wo sind wir? Hallihallo. Ähm. Seid ihr zwei in Ordnung? Ihr seid aus heiterem Gange mehr runtergeplamscht. Oh. Ihr habt uns ganz schön erschreckt. Äh. Wo... Wo sind wir? Dich ist die heiße Quelle. Die... Die heiße Quelle? Ja, wie es aussieht, oh. In der Tat. Dies ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle wirkt Wunder für unsere müden Muskeln und steifen Gelenke. Viele Pokémon kommen hierher. Sag, mein junges Pokémon. Hast du eine Karte dabei? Eine Karte? Oh, äh. Wenn du unsere Wunderkarte meinst, die haben wir dabei. Verhalte sie für mich auf. Okay. Da. Da. Hier sind wir. Hier liegt die heiße Quelle. Oh, verstehe. Der Wasser... Der Wasserfall ist da drüben. Ähm. Also. Hey, sieh mal an, Doki. Das Wasser hat uns den ganzen Weg bis hier hergetragen. Meine Güte. Ihr wurde vom Wasser hergetragen. Was für eine lange Reise. Lass die heiße Quelle auch in Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf dem Heimweg macht. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch allen. Yo. Alter Vater. Möchte ihr so eine Arbeit schon euch verspeichern? Ja, wollen wir. Definitiv. So eine Trip, ey. Heu. Mal sehen, ob ich alles so richtig verstanden habe. Hinter dem Wasserfall gibt es eine Höhle. Im tiefsten der Höhle ist ein riesiger Edelstein. Als du gegen den Edelstein gedrückt hast, wurde eine Art Falle ausgelöst. Und ohne es zu ahnen, wurde ihr bis zu weit entfernt als die Quelle gespült. Da sind das die Fallen. Ja. Dass wir den Edelstein nicht mitnehmen konnten, ist wirklich schade. Nein, nein. Aber zähl mal nein. Ihr habt doch eine große Entdeckung gemacht. Ja, wirklich? Zweifellos. Dass es unter dem Wasserfall eine Höhle gibt. Das wusste bisher niemand. Oh, oh, oh. Verstehe. Wir haben eine Entdeckung gemacht. Ähm. Als ich diesen Schwindelanfall hatte. Da sah ich den Schatten eines Pokémons. Ja, sieht aus wie Knuddelhoff, finde ich. Oh Gott. Diese Form. Ich habe diese Form schon einmal gesehen. Diese Form. Ah, sie ist unverwechselbar. Ja, Knuddelhoff. Es war Knuddelhoff. Eure Entdeckung ist einfach unglaublich. Der Geldmeister muss davon erfahren. Äh, stimmt etwas nicht, Doki? Äh, du sagst Knuddelhoff war schon... ...dass Knuddelhoff schon einmal an dem Wasserfall gewesen war? Okay. Nein, 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 mit Sicherheit nicht. Das ist absolut undenkbar. Wer dem so wäre, hätte der Geldmeister euch mit der Erkundung aufgedrückt, oder? Ja. Hm, aber da ich hier drauf besteht, werde ich zum Gamemeister selbst fragen. Hier sollten sie ihre eigenen Entdeckung verderben wollen. Wie seltsam. Ich sollte so etwas mittlerweile groß sein. Ja, diese Lederlinge sind mal wieder komische Korte. Äh, was war das? Ja, was? Ja, nichts, überhaupt nichts. Oh Gott. Wie auch immer, ich werde die Geldmeister fragen, aber Geschichte stimmt. Bitte wartet hier. Ja, okay. Und wie lief es? Als ich den Gamemeister fragte, würde er erst einmal sehr nachdenklich. Und dann sagte er... Oh, Erinnerung, süße Erinnerung. Du, Vieh! Und dann zählte er eine Weile durch die Gegend. Und dann sagte er... Ja, ja, wenn ich recht überlege, war ich vielleicht wirklich selber da. Das waren die Worte des Gamemeisters. Gut gesagt, es ist so, wie Doki vermutet hat. Er war tatsächlich schon einmal in dieser Wasserhülle. Oh, okay. Das ist irgendwie schade. Wir dachten wirklich, wir hätten eine Entdeckung gemacht. Aber ich wünsche, Knobelow hat uns das gleich gesagt. Der Geldmeister kann manchmal ziemlich laut sein. Selbst ich ahne oft nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Nun, das ist wirklich schade für euch. Nichtsdestotrotz erwarte ich morgen ihren vollen Einsatz. Ja, wer sein muss.